Hi! Heute möchte ich eine Buchrezension machen und zwar habe ich die Bestimmung von Veronica Roth gelesen und ja, das hat mir ganz gut gefallen und deswegen wollte ich euch das einfach mal erzählen und möchte auch einen Buchtipp machen. Also ich werde mich mit Spoilern zurückhalten und versuchen so wenig wie möglich zu sagen, was passiert und so und ich hoffe, ich mache euch ein bisschen neugierig, weil das Buch hat es wirklich verdient, gelesen zu werden. Okay, also das ist das Buch, das ist der Einwand, ja ein Kreis mit Feuer, man erfährt im Laufe des Buches, was das Zeichen bedeutet und wenn ich den Umschlag abnehme, ist es einfach blau und ich lese Bücher eigentlich, also wenn ich sie lese, nehme ich den Schutzumschlag immer ab, weil ich Angst habe, dass er verknicken könnte oder so. Das Buch hat 475 Seiten und ja, das ist eigentlich ganz okay und ich werde euch mal vorlesen, was hinten auf dem Buchrücken steht. Fünf Fraktionen, fünf verschiedene Lebensformen sind es, zwischen denen Beatrice sich entscheiden muss, als sie 16 wird. Sie weiß, es ist die wichtigste Wahl ihres Lebens, denn sie entscheidet über ihre Familie, ihre Freunde, ihre Feinde. Doch der Test, der über Beatrice innere Bestimmungen Auskunft geben soll, zeigt kein eindeutiges Ergebnis. Sie ist eine Unbestimmte. Die aber gelten in der Welt, in der sie lebt, als hochgefährlich. Ganz genau. Es gibt diese fünf Fraktionen, also das wird so erklärt, es gibt eine Stadt. Ich glaube, die hat keinen Namen. Aber diese Stadt ist in fünf Fraktionen eingeteilt und in diesen fünf Fraktionen leben die Menschen. Und jede dieser fünf Fraktionen hat verschiedene Grundsätze. Also es gibt die Altruan, die Selbstlosen, die Kandor, die Freimütigen, die Kennen, die Wissenden, die Amitee, die Friedfertigen und die Ferox, die Furchtlosen. Und Beatrice gehört den Altruan an. Und da, ja, das sind die Selbstlosen. Da ist Gier ganz, ganz schlimm. Neugier, man darf nicht neugierig sein. Ähm, Eitelkeit. Also in dem, in dieser Fraktion sehen alle Leute quasi gleich aus. Alle kriegen die gleiche graue, unauffällige Kleidung. Ähm, und alle haben den selben Haarschnitt und dürfen auch nur zum Haareschneiden quasi in den Spiegel gucken. Und auch nicht zu lange, weil Eitelkeit ist ja ein No-Go. Das ist genauso wie das Wort No-Go. Ähm, nun ja. Und an, ähm, so weit man 16 wird, werden Tests gemacht, in welche Fraktion man am besten passt. Und, ähm, ja, Beatrice, äh, hat sich schon immer selbst für nicht selbstlos genug gehalten, um bei den Altruan zu bleiben. Aber ihr Testergebnis gibt ja kein richtiges Ergebnis. Also es fließt einige aus der Fraktion, aber es hebt nicht hervor, welche die eine für sie ist. Aber sie entscheidet sich dann letztendlich, zu den Ferox zu gehen, zu den Mutigen, zu den Furchtlosen. Bei denen, äh, kriegt sie ein haltes Training, weil nicht alle Bewerber oder alle Leute, die sich dafür entschieden haben, zu der Fraktion zu gehören, werden letztendlich auch aufgenommen. Und, ja, dann, es, also, es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte. Ich verrate noch nicht so viel, aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Romantiker. Und ich finde, es ist oft in Büchern viel zu überzogen und zu kitschig und zu eklig. Und das ist in diesem Buch richtig gut gemacht worden. Also ich finde, es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte. Und endlich, bei dir in diesem Buch versteht man, warum der Typ sich in das Mädchen verliebt. Weil Beatrice einige Sachen macht, die wirklich, von denen man denkt, boah, natürlich ist sie am Anfang, ja, sie ist auch für schlecht manchmal, manchmal ist sie gut und so. Aber es gibt diese vielen Bücher, in denen ich nicht verstehen kann, warum sich der Typ, der ja immer wunderschön ist und immer so begehrenswert ist, aber warum sich dieser begehrenswerte Typ in das Mädchen verliebt, die ja, die in den meisten Büchern irgendwie nichts macht. Aber das ist in der Bestimmung richtig, richtig gut. Also ich fahre voll drauf ab. Und ja. Und das ist für alle, also das ist eine Dystopie. Und wird auch was für alle sein, die da drauf stehen. Und ich habe zum Beispiel die Auswahl gelesen. Und es hat nicht viel damit zu tun. Die Auswahl fand ich jetzt auch nicht so toll. Das war ein bisschen langweilig. Und es ist auch nicht so Hunger Games-Stil, aber es ist was ganz Eigenes, was ganz Tolles. Und ich freue mich auf den zweiten Band. Und ja. Das Buch gibt es, glaube ich, nur gebunden. Und ich schaue mal eben. Okay, hier steht nicht drauf, wie viel es kostet. Aber ich glaube, ich habe so 17, 18 Euro bezahlt. Ja, der zweite Band ist schon auf Englisch erschienen. Auf Englisch heißt das Ganze Divergent. Und der zweite Band heißt, glaube ich, Insurgent oder so. Ich weiß es nicht genau. Naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht mache ich mal noch ein Video oder so. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich sehe. Ich sehe oder so, ich sehe.